Ich sträube mich da total dagegen, von vornherein irgendwie solche Spiele auch nur im Ansatz zu denken, dass du keine Chance hättest. Du hast immer eine Chance und natürlich muss vieles passen an so einem Tag dann auch, wenn du gegen so eine klasse Mannschaft spielst. Wir waren gegen andere Spitzenmannschaften auch schon in der Lage, sie an den Rand von Punkten für uns zu führen. Und wenn wir das wieder schaffen, Bayern hier in unserem eigenen Stadion in Unterstützung unserer Fans einfach auch so zu bearbeiten und zu bespielen, wie wir uns das wünschen, dann glaube ich, hast du immer eine Möglichkeit. Ich bin da überhaupt kein Freund davon, von vornherein irgendwie zu sagen, okay, jetzt kommt eine gute Mannschaft und eine tolle Mannschaft, gegen die du nichts holen kannst. Es ist immer was möglich. Wenn dann alles zusammenpasst, dann kannst du da auch Punkten und kannst da was rausholen. Und vielleicht können wir die Bayern da vielleicht auch mal überraschen. Ich bin auch sicher, dass wir diese Herausforderung, die sich jetzt gerade vielleicht auch etwas höher auftut, wie wir es uns gewünscht hätten, auch wieder meistern und da wieder geschlossener noch durch diese ganzen Dinge dann durchkommen.